Katalog Nummer 10, Schama. Ein unglaublich toller Wallach, dem durch Secret wirklich die Richtigkeit in die Wiege gelegt wurde. Eine Spitzengaloppade, ein Pferd, was jetzt im richtigen Alter ist, um für die höheren Aufgaben ausgewählt zu werden. Die Nummer 10, Schama, besticht mit einem wunderbaren Interieur und zeichnet sich durch seine überdurchschnittliche Galoppade aus. Das ist Schama, er ist auch ein ganz liebenswerter Wallach und bleibt einfach in jeder Situation tiefenentspannt.